hallo ihr lieben und willkommen zu einem neuen video von mir in diesem video gibt es mal wieder einen book haul und zwar habe ich gerade vier neue bücher gekauft ja ich war mal wieder so richtig stöbern und zwar ganz lange in talia unterwegs habe mir alle bücher angeguckt und oh wunder es ist überhaupt kein new date dabei keine liebesroman nur drei fantasy bücher und ein science fiction roman und ich freue mich wahnsinnig die titel jetzt vorzustellen und noch mehr freue ich mich natürlich aufs lesen und legen wir einmal los mit dem ersten teil von kalaidra wer das dunkel ruft von kira licht wenn die 17 jährige emilia eines liegt dann sind es rätsel als sie bei einem museumsbesuch das sagenumwobene boynich manuskript lesen kann ich spürt sie dass sie einem unglaublichen mysterium auf der spur ist denn das dokument gilt als eines der größten nie entschlüsselten geheimnisse der menschheit dann trifft sie auf den attraktiven aber sehr verschlossenen gold alchemisten ben und die ereignisse überschlagen sich mir ist eine nachfahrerin des uralten silberordens schnell gerät sie ins kreuzfeuer rivalisierender geheim launchen und ein wettlauf gegen die zeit beginnt oh mein gott ich habe dieses buch an dem book birthday also an dem tag als es erschienen ist vorgestellt und habe dann zum ersten mal den klappentext wirklich gelesen und dachte mir das klingt richtig gut also rätsel und geheim launchen das hört sich einfach richtig cool an und ich habe auf der rückfahrt vom tag nach hause auch schon die ersten 44 seiten gelesen die erst drei kapitel und es ist richtig cool also ich freue mich total herauszufinden was jetzt alles dahinter steckt und was so passieren wird und ja ich werde euch natürlich berichten wie es mir gefällt und bin aber jetzt schon sehr positiv überreicht von diesem buch das zweite buch ist die age of darkness feuer über nasira von kathy woes pool und hier um geht es in einer welt ohne propheten bleibt nur eine letzte geheime prophezeiung sie sagt eine dunkel große dunkelheit voraus aber auch die ankunft eines auserwählten mit der macht die dunkelheit zu bannen fünf junge menschen für die prophezeiung zusammen einen prinzen eine mörderin einen ordenssieger ein spieler und eine todgeweihte jeder hat seine eigene agenda die welt zu retten das eigene land die schwester oder nur die eigene haut einer von ihnen könnte der auserwählte sein die zeit drängt denn die vorzeichen mehren sich die dunkelheit rück näher ich habe bisher nur gutes über dieses buch gehört also ganz viel sagen dass es ein richtiges highlight ist auf instagram sieht man es ziemlich oft und die leute sind begeistert davon und ich finde es auch richtig spannend also damit zu rätseln wer denn jetzt der auserwählte sein wird von der prophezeiung ist und ja hört sich auf jeden fall total gut an und ich bin sehr gespannt es ist ziemlich dick es hat 560 seiten aber auch kaleidrat 550 seiten habe ich auch nicht mit gerechnet ganz schön dicke wälzer hier dann geht es mit einem dünneren buch weiter und zwar talus von lisa grimm die hexen von edinburgh manchmal findet uns unsere bestimmung erst wenn wir nicht mehr nach ihr suchen eine skeptische studentin die plötzlich einem echten geist gegenüber steht ein begabter taroliker der sich vor der zukunft fürchtet eine junge hexe die ihre begabung verflucht ein stolzer wasserhexer der die wahrheit sucht sie alle haben einen herzenswunsch und als das sagenumwobene artefakt talus auftaucht scheint die erfüllung ihrer größten träume zum greifen nah aber ein so mächtiger gegenstand ruft auch böse kräfte auf dem plan und je näher sie talus kommen desto dunkler werden die geheimnisse wie das artefakt enthüllt also leiser grimm ist ja ja sie ist autorin sie ist aber auch lektorin ich weiß jetzt nicht in welchem verlag aber sie hat immer sehr schöne beiträge auf instagram jetzt zum innen weimow hat sie auch also sie streamt auf twitch immer mit verschiedenen leuten und ich habe da einmal reingehört und fand es sehr interessant was sie zu fern sie zu sagen hat und ja möchte jetzt auch unbedingt einmal etwas von ihr lesen zu schauen wie sie so schreibt und es mir gefällt und ja ich habe einfach mal ich bin sehr gespannt und buch nummer vier ist pandora stone heute beginnt das ende der welt von barry johnsburg als bandora als pandora stone im krankenhaus erwacht ist die erinnerung an das ende der menschheit alle gegenwärtig gemeinsam mit anderen überlebenden wird sie in einem ehemaligen militärlager der akademie auf das hart überleben in einer vom virus ausgelöschten welt vorbereitet sobald häufen sich merkwürdige vorfälle und bandora muss entscheiden wem sie vertraut bisher konnte sie sich immer auf ihre intuition verlassen aber kann die sie auch helfen die wahrheit aufzudenken ja leute ich werde jetzt nachlesen was passiert wenn die leute sich weiterhin nicht richtig verhalten wenn man an das coronavirus denkt was uns alle erwartet ja mal sehen auf jeden fall klingt dieses buch total spannend und richtig toll und action geladen und hoch aktuell natürlich ja ich bin sehr gespannt was diese geschichte auf mich auf sich bereit ja was diese geschichte ist mir gefällt und was dann so passiert mit dieser welt da dieses virus ja ich glaube ich sechs also es hat schon milliarden menschen getötet und ja bin gespannt auf das world building und werde euch berichten wie mir von dauer stone gefällt und ja ihr könnt mir sehr gerne in die kommentare schreiben wenn ihr eines der bücher schon gelesen habt so wie es euch gefallen hat und ob ihr schon andere bücher der autoren gelesen habt und so weiter und ich würde mich sehr auf den austausch mit euch freuen und wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen tag und einen tollen start in die neue woche schau e Bis zum nächsten Mal.